Hi Leute, herzlich willkommen bei Tupac VR und Gaming Lady Nikki. Wir stellen euch heute ein Koop-Spiel vor. Der eine im VR-Headset, der andere am Controller. Kali and the Reaper Man. Escape from the Underworld. Viel Spaß beim Gameplay. Oh Gott, das geht ja bis da hoch, ey. Okay. Oh Gott, das ist natürlich eine mega Herausforderung. Ich muss mir jetzt die ganze Sache mal angucken. Oh, hier oben sind auch wieder Rätselblöcke, so. Oh, die Rahmen. Was ist denn das für ein kleines knuffiges Ding? Das ist ein kleines Tannenbäumchen, oder? Was ist denn das? Was ist das jetzt? Das bewegt sich. Oh, das ist alles voll niedlich, weil das so klein ist. Hey, ich bin noch da. Also, hi. Na? Dein Kopf sieht richtig lustig aus. Der grinst die ganze Zeit irgendwie. Ich bin halt ein freundlicher Mensch. Guck mal da, was ich dir gebaut habe. Ein freundlicher Reaper Man. Oh. Du musst nicht gleich in den Tod springen. Jetzt hat sich dieser Block aktiviert. Da ist eine Spinne drauf. Okay. Nochmal. Da war der vorher schon auf den Heichen. Nein, nur den blauen. Mhm. Jetzt habe ich es runtergestoßen. Okay. Mhm. Oh, da ist ein Rabe. Das ist ein Rabe. I saw him in the meadow. In a creek I had never found before. Okay. Ach, hier ist wieder ein Block. Ah. Wo muss ich hin? Ich brauche vier Blöcke. Muss ich sammeln. Und da oben irgendwo platzieren. Das habe ich mir schon an. Du musst hier durch. Okay, also musst du mir jetzt wieder irgendwas bauen, damit ich da durchkomme. Ha. Warte, warte. Die Niki. Die macht das einfach so. Und du aber nicht. Warte, dann bist du gegen den Block gesprungen, ja, oder? Nee, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich bin nicht sicher. Ich habe den jetzt einfach. Von vorne? Nee, du bist hier. Du bist noch hier. Okay. Ich habe dir das wieder da. Ich habe das weiter oben platziert, weil ich war mir nicht sicher, ob du gegen diesen Block gesprungen bist. Okay, da muss ich wieder springen. Mhm. Okay. Warte, ich kann dir auch diesen, äh, willst du den haben? Guck mal. Ja, 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 ja. Schau, Bude, Bude, du. Ja, ja, das ist, das ist nicht so einfach. Boah, ich stehe ja. Okay. Und so habe ich meine Haare verloren. Witzig, Alter. Das ist so. So habe ich meine Haare. So. So, wo muss ich jetzt hin? Ich sehe nichts. Hier ist nichts. Hier ist ein Checkpoint. Und hier musst du jetzt wahrscheinlich, oh Gott. Okay. Also den Teil haben wir jetzt schon mal hier erledigt. Dann brauchst du diesen Luftblock. Reicht das so? Und die nehme ich jetzt einfach mal mit. Ich glaube, wir müssen das nur mit diesem Luftblock machen. Ich nehme, ich mache die jetzt einfach mal hier hoch. Noch nicht ein Sottchen, sondern einfach... Hier kannst du mir den Luftblock wieder hinsetzen. Den mache ich. Ich habe jetzt die, unser, unser Spiel... Oh, da unten ist noch ein Würfel. Da ist gerade ein Würfel erschienen. Den muss ich ja mit... Du hast einen verloren gerade, glaube ich. Habe ich. Achso. Ja, das ist der... Auf die Plattform, ja? Warte kurz. Der Baum. Das ist der Baum. Der läuft und stößt die Würfel weg. Achso. Der kleine Baum, das freche Ding. Okay. Der ist hier oben. Den siehst du dann noch. Dass der dich noch attackiert, musst du aufpassen. Ähm. Muss ich wieder zurück jetzt? Also vor? Ja, ja. Hier ist dieser Luftblock. Mhm. Ah, okay. Hier jetzt hoch. Für den Blumen? Ja. Hier. Vorsicht, hier kann man runterfallen. Ach, die Blöcke sind ja so groß wie... Ach Gott, du musst diesen Ding hier entriegeln, ne? Ja, hehe. So, stopp, bleib. Hier ist alles voll. Haben wir noch einen blauen Block? Nee, ne? Nee. Ach du Scheiße. Okay. Warte kurz. Warte kurz. Ah, du kannst sie... Okay, das ist gut, das ist gut. Ich hoffe, das ist gut. Hier unten, hier ist... Warte, warte, warte. So. Jetzt... Jetzt geh mal ganz hier vor. Hier hin. Ja. Baust du mir das? Ich baue dir jetzt diesen Block. Okay. Wip. So, jetzt habe ich schon mal drei freie. Warte mal. Oh, jetzt kann ich nicht mehr hoch. Nee. Also ich bin jetzt am höchsten Punkt. Ja. Hey. Ja, wo soll es denn hier lang gehen? Kann ich hier was rausnehmen? Ey, langweilst du dich oder was? Also da hinten waren wir, wir waren jetzt hier und wir müssen jetzt höher und da ist der letzte Block. Aber wie kriege ich dich jetzt hier höher? Ähm... Hier um die Ecke rum. Wir müssen links um die Ecke oder da? Ach, da lang. Oh, nee, nee. Das musst du nicht schaffen. Warte mal. Hä? Nee, um die Ecke springen ist schwer. Setz dir noch ein bisschen mehr zu mir. Ja, aber du kommst doch niemals da hin. Ich muss mal probieren. Warte. Nee, nee. Wie soll ich das denn schaffen? Ich guck mal, ob wir noch so einen Block haben, aber haben wir nicht. Ich seh auch nix. Können wir jetzt mit den, äh, mit den vier Blöcken irgendwas aktivieren? Nö, ne? Ja, an den letzten komm ich ja noch nicht ran. Den haben wir ja noch nicht. Den müssen wir da oben reinlegen. Ich versuch jetzt mal, ob sich da irgendwas aktiviert, wenn ich das hier reinlege. Ja. Also einmal leuchtet hier dieser Rahmen jetzt schon blau. Oh Gott. Nicht, wir müssen drücken, wenn wir jetzt noch einen blauen Block hätten. Haben wir aber nicht. Warte mal. Und, äh, andere Seite um die Ecke geht auch nicht. Nee, ne? Nee, hier ist ja, hier ist ja alles, hier ist ja nix. Und hier vorne, hier ist auch nix. Hier kommt man nicht hoch. Hier ist alles. Wand, steil. Aber kann ich hier irgendwas rausnehmen? Wenn ich draufstehe, kannst du den ja nicht bewegen, ne? Ich glaub nicht. Weil der dann, äh, aufhört zu leuchten, ne? Sollen wir mal probieren an einer ungefährlichen Stelle, kurz? Stell dir mal vor mir, das Ding. Nee, schade. Das Einzige, was man machen kann, dass du etwas weiter hier in die Mitte springst und dann von hier da hoch. Ich setze den jetzt mal genau hier zwischen die Ebenen, ein bisschen weiter weg. Warte mal kurz so. Würdest du das hinkriegen? Ich kann's probieren. Wird aber echt knapp. Naja, dann. Okay, okay, und jetzt dahin. Boah. Oh, übel, oder? Ja. Ich muss Anlauf nehmen. Vorhin nochmal eine Fissbomb. Sonst schaffe ich das nicht. Okay. Also jetzt schaffe es. Du hast die Fissbomb des Könnens gekriegt. Jawohl. Okay, okay, okay. Pass auf, der Baum. Da ist dieser kleine freche Baum, der erst die Blöcke runtergeschoben hat. Der kriegt eine Fissbomb jetzt. Wenn ich jetzt, der dir gleich eine verpasst. Ja, kann ich jetzt da hoch, ohne dass er mich wegkickt, oder? Hey, guck mal, das wird gar nicht unterbrochen hier. Das ist aber schlecht. Hä? Müssen wir da was freischalten? Ja, ne? Ja, aber ich komm noch an diesen letzten Würfel hier nicht ran. Ich muss alles unterbrechen. Jetzt hab ich's. Wenn ich alle vier Dinger platziere, dann geht's. Und hol dir den letzten Würfel. Und jetzt geh mal auf den Checkpoint wieder. Ja, ja. Okay. Dann werde ich jetzt mal alle Würfel da in die Form reinlegen. Ach, wenn falsch ist, haut er die bestimmt runter, oder? Wenn was? Ne, ne, guck mal, der kommt jetzt. Ja, der haut mir die Blöcke. Das ist ein Idiot, ist das? Pass mal auf, guck mal, was der macht. Der kriegt sogar kleine Arme. Ne, du freiches Du. Das sieht geil aus. Nix ist. Okay, das Problem ist, der will mich auch versuchen. Pass auf, pass auf. Der wollte mich kickern. Ja, aber was ist denn jetzt hier? Jetzt hab ich die Blöcke. Kannst du in der Luft jetzt einsetzen, dass wir über dem sind? Ja, aber bis da oben ist ja nix. Ich weiß nicht, ob jetzt hier... Doch, da oben ist ja was. Ja, hier ist ein Checkpoint, aber du musst ja bis da rüber. Aber hier ist jetzt keine Brücke entstanden. Ich weiß nicht, ob du... Guck mal, hier ist noch der Vogel. Okay, sollen wir mal da hin? Mhm. Okay. Ach so, passt schon. Okay. Was steht da? Das Tender. Voice whispered in my ear and I saw him in the stars. Ja, aber das ist auch nicht... Ja, wir wollen nach oben gucken, aber... Hallo, Sterne. Äh, ja, jetzt geh mal zurück. Boah, du musst den jetzt mal ablenken mit dem Block, genau. Ja, sonst hat er mich direkt untergekickt. Warte mal kurz, warte kurz. Ich lege jetzt mal das hier hin. Genau, leg die mal alle und dann gucken wir mal, dass ich da oben zum Checkpoint komme. Vielleicht passiert dann was. Aber der kleine Baum, der macht uns halt nicht einfacher. Der ist blöd, ist der... Okay, ich kann wenigstens ein bisschen Anlauf nehmen. Und jetzt? Boah. Ja, aber das nützt ja auch nichts, ne? Nee, ich weiß es nicht, ob man hier mit diesen Würfeln irgendwas freischalten kann, weil die hier liegen. Das leuchtet jetzt zwar alles, aber... Ist das X da immer drauf? Oder ist das jetzt nur drauf, weil wir falsch gelegt haben? Okay. Das ist immer, weil das wird ja blau, wenn ich das drauflege. Und es ist auch egal, in welcher Reihenfolge ich das drauflege. Es ist immer blau. Die haben, äh... Achso, warte mal. Die haben ja Symbole, ne? Ja. Unten siehst du Symbole. Ja, ja. Die sind wieder die Gesichter, wie vorher das schon mal. Und... Nee, aber da... Hier ist ein Kreuz, eine Spinne, ein Knochen und... Eine Maus oder eine Ratte oder sowas, würde ich sagen. Pass auf, du kannst hier runterfahren. Okay, nö. Nö. Und, äh, heb mal einen hoch, bitte. Einen Block. Eine Spinne. Vielleicht müssen wir die so lange tauschen, bis... Bis dann ein Spinnensymbol kommt, vielleicht? Wo soll ein Spinnensymbol kommen? Ist der mit dem... Tausch mal bitte den mit dem X auf was anderes. Ne, X bleibt, okay. Ja, wir müssen die irgendwie sichtbar machen, wahrscheinlich, ne? Die Symbole. Weil wir sehen ja jetzt... Nichts. Na, aber siehst du noch irgendwas, was ich nicht sehe? Ne, eigentlich nicht. Weil hier, du siehst die Spinne und die Ratte und den Knochen auf den Blöcken, oder? Auf den, äh, auf den Blöcken nicht, ne. Echt nicht? Ich sehe, ne, da ist gar nichts drauf. Echt? Die Blöcke sind, da ist nichts drauf. Ich sehe nur das X. Das X siehst du. Da stehe ich drauf. Ja, und hier auf dem ist ein Knochen. Ne, sehe ich nicht. Und wenn... Ah, jetzt verstehe ich's. Du musst die alle sehen. Was siehst du jetzt da, wo der fehlt? Auf den hab ich jetzt in der Hand und da ist diese Ratte drauf. Ne, okay. Den, wo ich hier draufstehe, ja? Der muss, äh, einen nach vorne, der jetzt frei ist. Warum? Ja. Glaub mir. Da ist jetzt ein Affensymbol. Der leere Platz. Hä, wo, 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 wo ich ne? Ich seh auf den, ich seh diese Symbole. Ach so, du siehst die hier unten auf den Blöcken. Du siehst die auf den Blöcken und ich seh die auf den... Auf den Platz, okay. Da muss ein Affe hin. Ist das, für dich ist das ein Affe, okay. Ist das eine Ratte? Egal, so jetzt, oder? Ja, Ratte, Affe. Mhm. Und jetzt guck mal bitte, was da ist. Vor mir ist ne Spinne. Und da ist ein Knochen. Ja, geil. Das jetzt ist grün. Oh, jetzt ist hier ne Treppe. Achin, guck mal, nur für dich ne Treppe. Komm. Da muss man erst mal drauf kommen, dass man manche Sachen halt sieht und... Pass auf den Terrorbaum. Der ist nicht gesprungen. Aber wir haben ein Checkpoint, oder? Ja, du bist was. Ja, ja. Ja, umso besser. Na jetzt, vorsichtig. Warte mal. Machst du mir den Absprung, Schutz? Abstoß, Schutz. Mhm. So, komm. Das haben wir uns jetzt verdient. Ja. Yippee. Also, das war schon schwierig, ne? Das war sehr schwierig. Ich laufe auch irgendwie hier komplett durch den Raum. Ich hoffe, ich bin nicht aus dem Bild gelaufen. Oh, das wird nicht besser, ne? Shadow or Song? Allein diese Level oder Maps zu kreieren, ist mit sich halt auch nicht so einfach. Es ist hier so ein dunkler Wald um mich und da leuchten so Augen im Hintergrund. Aber ich schwebe ja, das macht dann nichts. Okay, du bist da oben. Ich hab jetzt hier einen Block. Hier ist erstmal so ein Rabe und so ein Punkt, den wir holen können. Kundenpunkt, ne? Mhm. Und hier ist noch ein Schild. Wo ist ein Schild? Ja. Ah, da. Ja, ja. Oh, da unten ist hier so ein Terrorbaum. Pointing is sometimes useful. Use... Ja, okay. Heyo. Das meinen die. Mhm. Mein Laserpointer. Okay. Kann ich einfach runter, oder? Hm, ich glaub ja. Das ist nicht richtig, aber wir haben ja einen Checkpoint. Mhm. Ja, du müsstest runter. Wenn ich jetzt sprenge, dann falle ich auf... Nee, nee, nee! Für mich sah das aus, dass es gar nicht so weit weg ist. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dich da hinschicken soll. Oder doch erst dahin, aber da ist ja wieder dieser Terrorbaum. Geh mal, komm mal hier runter, eins. Guck mal in meine Richtung. Okay. Hier hin. Und jetzt, wenn du noch eins vorgehst, kannst du dann hier runter, aber ganz... oder hier lang. Aber da kommt ja dieser Baum. Warte mal. Ja. Und dann geradeaus, 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 geradeaus. Ich hab den mal mit dem Block abgelenkt. Gut, aber ich... Wir haben noch einen Punkt zum holen. Oder sind noch drei in der Luft. Na, das ist schlecht, das kriegt man nicht. Nee, das kannst du... Der Baum ist böse. Ja, total. Ja, lenke mal ab, lenke mal ab. Aber da brauch ich dir jetzt einen Block, wo ich hinkomme. Habe ich jetzt aber nicht. Warte, ich geb dir gleich einen. Geh mal weg da. Nee, da, der Baum kommt. Guck mal, ah, du... Ja, der lenkt den erstmal mit dem Kleinen ab. Dass der in die Ecke geht. Und dann stellst du mir den hin. Genau. Der kommt ja immer. Weg, 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 weg! Einen hab ich schon. Jetzt musst du den in die andere Ecke lenken. Der kommt, der kommt, der kommt. Geh weg, geh weg. Der macht nix. Jetzt komm, schnell. Schnell. Ja, ich hab, ich hab, ich hab. Gut. Aber ich weiß nicht, was die Laser jetzt zu bedeuten haben. Und wie ich die unterbrechen soll. Die Frage ist, wie komm ich jetzt wieder zurück? Also du müsstest auf alle Fälle hier hin. Oder ist das bloß um diesen Punkt so? Warte, ich guck erstmal. Wir müssen auf alle Fälle da hin. Das ist... Oh ja, das ist... Da kann ich wieder runterspringen. Komm auf die andere Seite. Hier ist nix. Nee. Vor mir, quasi. Hey, look here. Nee, hier ist nix. Hier ist die Fläche. Du kommst da unten nicht an. Du würdest drüber springen. Über die Kanten. Ja, weil ich kann nur runter. Hoch geht's nicht mehr. Hä? Hoch komm ich auf keinen Fall. Ja, aber runter auch nicht. Du würdest jedes Mal da vorbeispringen. Ich versuch dir mal was zu bauen. Das kann ich gar nicht. Guck mal. Kannst du da drauf springen? Ey, bist du gut. Du bist super. So, und jetzt wirst du hier hoch müssen, genau. Kann ich hoch oder runter? Nicht. Weil unter mir sind zwei so... Achso. Ja, warte kurz, warte kurz. Checkpoint hast du, ja? Ja, Checkpoint ist blau. Jetzt mach ich dir mal hier so eine Rampe hin, dass du hier in Ruhe runterspringen kannst. Guck mal, geh mal da auf den Block, auf den kleinen. Hier. Ja, okay. Und jetzt hier runter. Okay. So, und da ist ein Punkt, den kannst du dir holen. War das das gewesen? Weiß ich nicht. Das ist wieder ein Rabe. Warte mal, ich stelle jetzt den Block hier mal dahin und da oben ist so ein Ding. Dann balanciere ich da drauf, ne? Nee, brauchst du nicht. Jetzt hast du es ja schon geholt und jetzt wirst du da hoch müssen. Sagst du wohl nicht. Warte mal kurz. Doch, jetzt ist das aktiviert. Jetzt hat der Engel da so einen Schein. Warte, ich... Ich soll mal in den hochkommen, ey. Das ist... Warte, das ist eine sehr wackelige Angelegenheit. Ja, aber das passt schon. Bist du dir sicher? Gut, es passt. Wunderbar. So, jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss ich es so bauen, dass du klettern kannst. Dass es... Bleib einfach mal da am Rand, dass es stabil ist. Und dass ich die Laser unterbreche. Gut. Das klingt nach einem Plan. Das klingt nach einem Plan. Das klingt nach einem Plan.